Hallihallo, willkommen zurück zu einer weiteren Folge Baldur's Gate 3. Wir sind in einem Vorort von Baldur's Gate, von Baldur's Tor angekommen und hatten hier den Zirkus uns angeschaut. Er hat zuletzt mit Lucrezia, dieser Nekromantin, gesprochen, die da ihre Skelette dazu bringt, irgendwie Dinge zu tun. Und jetzt habe ich mit den Skelettern eigentlich damals gesprochen, ich habe nur mit ihr gesprochen, oder? Okay, mit denen kann ich anscheinend nicht reden. So, wir hatten hier noch einiges zu entdecken. Wir hatten hier noch nicht mit Leuten geredet, hier ist noch irgendwie eine Bühne. Es schnibbelt? Oh! Sind das Blazer-Biest? Kann ich mit Tieren reden? Ich habe etwas zu fragen. Ich glaube nicht. Ne, 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 ne. Sieht mir sinnvoll aus. Langsam mal auf Festplattenmodus, den brauchen wir nicht, wir sind nur auf einer SSD. Gut. Sorry für das Unterbrechen. Eine Zeit, willkommen. Ich werde euch jetzt zeigen, euch allen, mir was zeigen. Nur zu ihr Geheimnis, bleibt mir sicher. Sagt mir, was ihr am Schilde führt, oder ich stecke den Käfig in Brand. Und hier haben wir deutlich mehr, weil wir einschüchterne Übungen haben. Und die ist dunkle Justizia-Maske. Und wir haben natürlich noch den göttliche Führungsbonus. Wir können damit nur einen Bonus dazu nehmen, ja voll gemein. Blop. Oh shit. Das reicht doch, glaube ich trotzdem. Null. Sie sehen. Sie kratten. Sie schreien. Sie schreien mit Innocent. Aber es ist eine Lieche. Jeder von euch ist witzig. Sie töten. Sie töten. Sie töten. Sie töten mit Innocent. Sie töten. 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 Aber jetzt will ich vielleicht doch mal kurz wissen, ob der Käfig hier schnell bricht. Nee. Schwierig. Damn it. Ich habe ja ein paar Inspirationen. Versuch das nochmal. Yes. Das Schloss zerstört, sodass der Käfig nicht geöffnet werden kann. Wann genau wollt ihr denn alle töten? Ich will sie eigentlich... Boah. Ich verstehe den Schmerz des Tieres. Und ich finde das echt gemein. Auf der anderen Seite können wir aber hier nicht einfach alle sterben lassen. Ja, kein rum. Es ist schon kräftig. Du bist ein kräftig. Schwierig! Ich bin ein kräftig! Ich bin ein kräftig. Ich bin ein kräftig. Aber wir können hier entscheiden, dass ihr gellig illustratztet. Ich rede mal noch mit dem anderen hier, kann ich mit dem anderen reden? Ja, hier, purpur, let's go. Hallo. Wow. Können wir eben nicht ein bisschen Fleisch reinwerfen? Ich habe kein Fressen für euch, ich glaube ich komme wieder, versprochen. Wir rollen immer ein bisschen Fleisch. Okay, Moment. Zum Lager, da haben wir so ganz essen ins Lager geschoben immer. Wo ist unsere Lagerkiste jetzt? Ne, ne, da. Da ist sie markiert. Schlup, ähm. Sortieren, Typ. Öffnen. Okay. Öffnen. Hier sind Sachen drüber, wenn nichts drin ist. Spannend. Magische Walnuss. Reisesachs müsste, glaube ich, hier drin sein. Salami? Ich würde ja eher rohes Fleisch nehmen. Hier, rohes Steak. Nehmen wir mal rohes Steak mit. Und ein Schweinekopf. Ich müsste doch was sein für ihn. Hier, ich habe etwas anderes, was ihr essen könnt. Na, geht es jetzt besser? Kalas inspiriert, primäre Bedürfnisse. Meid. 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 Okay, das ist noch ein Futter, nur dort sehe ich das richtig? Okay. Falls mir irgendwas schief geht, der hat zumindest nicht mehr ganz krass auf ihr Hunger. Ein Kalas hat sich inspiriert, sehr schön. Don't get too close. Ich bin hungry. Und du look like food. Kann ich ihr nicht auch was zu futtern geben? Der Display so bestie. Die mag uns jetzt nicht mehr. Ich will gehen. Aber wenn ich nicht ihre Majestin hier hier sehe, die Dribbles für die 3. Zeit, dann werde ich nie das Ende davon hören. Kinder, oder? Ich will doch mal mit dem Kind. Hallo. Die Mutter wird mir nicht die Tiere zu retten. Ich hoffe, du musst nicht deine Mutter fragen, um einen stupiden Katzen zu retten. Das ist keine stupide Katzen. Das ist ein ziemlich smarte Kat, wenn wir mal ehrlich sind. Oh, was geht denn hier ab? Schnibbelst danach. Weißerchen. Weißerchen sieht nicht so happy aus. Das ist aus Holz. Buddy, der Hund ist mein sehr bester Freund. Weißerchen, warum? Warum? Weil mit ihm alles ist pausbar. Gott, ich liebe Kläume. Ich bin nicht sicher, dass Kläume wie Kläume. Hörst du über die Schraube, die einen Krieg verloren hat? Du hast Schnibbelst schon ewig nicht mehr auftreten sehen. Ich hab Ball, ich hab Schnibbelst eh nicht wie ich mir gedacht. Ich hab ein tolles Moment in ihm, aber ich muss gehen? Äw. Oh, wenn du versuchst. Wie geht es? Aber ich muss ein Wunderschöne sein. Ich muss ein Wunderschöne sein. Oh. Oh, wenn du das auch schreckst. Wie geht es? Wer wird es sein? Wer? Ein schmerziger Hump läuft durch deinem Selbst. Dein Patron vertritt nicht diesen Klauen. Nicht nur ein bisschen. Du, mein spezieller Assistent. Komm her! Nicht dringend. Probieren wir mal, sein Motiv zu erkennen. 20. Damit erfolgreich. Das war die einzige Option, wie wir das schaffen. Holy shit. Der Patron's true sight zeigt keine einfachen Glamour oder Illusionen. Es gibt aber etwas anderes. Der Clowns Augen bräuchten mit weiblichen Intent. Jetzt! Sei nicht ein schmerziger Kondi! Vielleicht braucht ihr ein bisschen Entschuldigung. Er ist einfach nur böse. Der Clown. Der Clown. Ouh. Der schmerziger Kondi hier. Der könnte denken, dass du ihn nicht magst. Ist einfach nur ein fucking Sadist oder was? Ein wenig zu der Bühne gehen, aber alles im Blick behalten. Würde ich sagen. Ich will ja kein Spielverderber sein. Jetzt! Ich erzähle immer Kindern, dass sie speziell sind. Dass jeder und jeder von ihnen unig ist. Und für die Kinder oder was? Tell mir, was macht dich speziell? Ich habe mit einem Wesen von unbestimmt Alter, unbestimmt Eure Gestalt und Macht eine Vereinbarung getroffen. Oh shit! Oh shit! Oh shit! Oh shit! Oh shit! Der ganze Zirkus? Was? Ach du Scheiße! Warum greift ihr denn die armen Zivilisten an, ihr Schweine? Warum greift ihr denn die armen Zivilisten an? Was? Ich kann ihn gleich mal bluten lassen. Ähm... Spalten. wenn der weg geht das kann aber noch nebelschritt ich würde trotzdem gerne nebelschritten hier hoch um meinen nahkampf hinterher liegen angriff zu machen war nicht gehäutet morphischer instinkt holy shit der hat sich verwandelt hätte ich vielleicht mal die die dingens befreit ja und den ich gefördert war person beherrschen der ist gelb feodor sie muss ein humanoide sein was bist du wenn du kein humanoide bist doppelgänger monstrosität sind alles doppelgänger aha okay gut dann abbild beschwören das kann ich nicht so weit und tote vertreiben macht entsprechen nichts spirituelle waffe keine resistenzen na dann irgendwie zeigt es aber nicht an wenn der hier zuhauen würde wenn ich hier laufe das zeigt es im grunde gerade nicht an das backt ein bisschen ähm 18 meter plage neun meter wirkt nicht auf untote konstrukte vampir griff brauche ich doch nicht tatsächlich strahle übelkeit feuerfall feuerfall ist ja nachteile dann ein nahe kampf ding fehlt mir so ein bisschen da habe ich nur vampir griff im nahe kampf ne konzentration Vampirgriff? What? Was darf ich nochmal machen? What? Bestimmtes Konzentration. Ähm, Moment mal. Zehn Zwiebeln erneut wirken ohne einen weiteren Zwiebeln. Oh, cool. Ähm, hier hab ich verkackt. Schwächender Schlag. Aua. Ach du Scheibenkleister. Ähm, Erbe von Avernus. Tüt, 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 einmal pro langer Rast. Ich glaub, das brauchen wir jetzt grad nicht. Kann einfach so angreifen, Lul. Äh, das schicken wir mal an Ben, der ließ das dann. Und den Clown haben wir immer noch mit. Nomm, 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 nomm. Darf er mal ein bisschen zubeißen. Yes. Göttlicher Schlag. Echt mir. Ähm, dann machen wir doch den Vampirgriff nochmal. Ben hat verfehlt Beißerchen. Seh gar nicht, was die gewürfelt haben, oder? Seh nur das Ergebnis. Was halt verfehlt wurde. Das ist natürlich beschissen. Ich würd gerne, glaub ich, hier rüber gehen. Wenn ich ja nicht mittendrin stehe. Schade. Mir kommt, glaub ich, grad ein Prummer willkommen im Chat. Der verwandelt sich ja auch. Und der prügelt weiter auf die armen Zivilisten. Ah, ne. Stop it. Oh, ich hab auf Puzzle, ja, stimmt, ich hab auf, 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 auf nicht tot gestartet. Erwabert. Was natürlich nur geht, wenn ich nicht mit dem Zauber kille. Hehehe. Upsi. Das heißt natürlich, dass Beißerchen und Fum Leben. Ist aber auch nix mehr, ne? Vielleicht muss ich noch mal mit den beiden hier reden. Nicht jeder subscribt zu, was mir ist, was dir ist, es scheint. Okay, ich lasse den Zivilisten in Ruhe. Ähm, Tierkäfig schlüsseln. Aha. Paddy, was bist du noch hier? Du hast diese Zivilisten runtergebracht, als ob es nichts war. Es war... Es war... Es war... Aber gut. Aber vielleicht willst du dich von dem Blutbad entfernen. Red mir doch mal mit dem hier. Kleed. Du hast die Zivilisten in Ruhe gesehen. Ich sah es mit meinen eigenen zwei Augen. Du bist ein Monster. What the fuck? Du, du kämpfst gut. Doppelgänger, nicht so gut. Ähm... Okay. Halt, ich will mit... Ich will mit dir reden. Dribbles? Er ist auch nicht tot. Ich habe einen K.O. geschlagen, ja? Da... Man könnte ihn wieder heilen. Wenn man wollen würde. Wenn man wollen würde. Ich dachte, du warst zuerst ein Teil der Show. Aber das war wirklich. Das ist... Oh. Hallo. Wer hat denn hier was verbuddelt? Pfeil der Dunkelheit. Astarion. Anlager senden. Schriftvoller Eissturm. Hm. Ich dachte eigentlich hier wäre was verbuddelt. Aber da habe ich mich wohl vertan. Dass die das jetzt doof finden, dass wir angegriffen wurden. Dafür können wir ja wohl nix. Also wirklich nicht. Oh, faszinierendes Zirkusgewand. Zuverlässige Stiefel. Das ist ziemlich cool. Das können wir ans Lager schicken. Falls wir das mal irgendwo uns anziehen wollen. Verkleidungsausrüstung. Was wollt ihr hier schon wieder her? Nee, was wollt ihr her? Was hat das passiert? Zu Dribbeln? Zu meinem Haus? Ich kann nicht glauben, wir mussten uns auf einen Stranger, um uns zu retten. Keine Entschuldigung. Fancy Make-up-Haus hat sie da, die Dame. Zirkusplakat. Oh, spielt jemand. METRASCH? METRASCH? WHAAAT? WHAAAT? Wen haben sie... Die haben doch jetzt nicht METRASCH eingebaut, der von dem DICE-Aktors im deutschen D&D. Glaub ich irgendwie nicht. Bitte. Äh, äh, geniessen den Zirkus. Die wird nie das gleiche sein, ohne Dribbeln. Dribbeln. Okay, ich hätte mich verweigern müssen, zu tun, was da der von mir wollte. Anscheinend. Hallo. Ein Triad, oder was? Violence erupt hier. Mein Haus. Mein Refuge in dieser Stadt von Stor und Stor in der Augen, Stira. Es ist Schmerz. Endlich und tief. Aber auch Devotion. Blazing wie der Sonne. Du bist in Liebe. Bist du nicht? Ich habe hier gerade... Ja, eine Person, die mir nahe steht. Sie ist doch hier. Was sagt ihr Schattenherz? Ich glaube nicht, wenn du mich verweigst. Dann kannst du dich verweigern. in eine ganze Art 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 Art. Ich bin ein bisschen Schöne die Augen, little ones. Be still wie ein Stein auf die Erde. Und remember Oh. Shit. Wo bin ich denn jetzt? Ähm. Okay. Hallo. I see you. I see the bond between you. So tender. So fragile. But do you see it for yourselves? Shadowheart. An endless storm surges behind sharp eyes. Listen. Think. From where does Shadowheart draw comfort on a cold dark night? Ähm. Aus guter Gesellschaft und einem noch besseren Tropfen. Die ist eine Weintrinkerin auf jeden Fall. Die Beurteilung anderer ist Bullshit und eine Decke auch. Well put. So I'll forgive her middling wine, so long as the company makes up the difference. Ja, genau. Also wir haben mit ihr nachts nämlich Wein getrunken. Sie ist gar nicht mehr dunkelhaarig. Durch Diskretion, durch kluges Urteilsvermögen, wenn man Tiere gut behandelt, indem man Seloniten in Furze hüllt. Durch Diskretion? Ganz am Anfang schon. Aber durch kluges Urteilsvermögen könnte es an der Stelle tatsächlich auch sein. Aber ich glaube eher durch Diskretion an der Stelle. Sehr gut. Aber nicht so laut sagen. Das ist immer erstens, oder was? Wenn man weit genug in der Haus ist? Oh oh. Sie weiß nicht, wer sie ist oder wohin sie gehört. Ja, sie weiß nicht, wer sie ist oder wohin sie gehört. Also das ist anderes Bullshit. Ich glaube nicht, dass ein kleines Spiel so sehr schmerzen würde, wenn ich auf das. Aber du bist richtig. Ein perfektes Schaum. Ich bin flattered. Hast du mich immer noch nie studiert? Vielleicht. Wie nah du bist. Zwei Hörer, die einen perfekten Rhythm. Aber ich weiß die Wahrheit. Nur ein Gesicht hauntst. Ihr dreams each night. Close your eyes, sweetness. Und sie wird kommen zu dir. See? Oh shit. So, you're the Lick Spittel who crushed the Bone Lord's Throne. Um, hello? What the fuck? You come, be-be-begging, sniffing for our stones. Gortash won't like that. A throat his black hand can't choke the spit from. Oh, you're Bond will not save you. He will wrap its cord around your neck and make you swing from it. Vielleicht hätten wir das eh nicht verraten sollen. Oh, you're the Lick. Oh, you're the Lick. Tell him, Orin is watching. Fuck. Ähm. So, Orin is a shapeshifter. How long is she been watching? Und das Beste draus war. Ist jetzt ein bisschen blöd, dass jetzt unsere absoluten Gegner wissen, wen ich mag in unserer Gruppe. Ish vielleicht auch ein bisschen blöd. Dein Make-up passt irgendwie ein bisschen besser. Haben wir euch schon geredet, ja, ne? Ai, 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 ai. Ähm, achso, hallo. Was machst denn du jetzt hier? Oh, dear. Screaming children and oozing corpse. And it's not even my birth. I thought the absolute would a dare set foot in my circus. To use such a woful Dribbles impersonator. Why, it's downright rude. Ein Imitator, seid ihr sicher? Hm. 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 Awful puns. Not this. Alas, I cannot afford to lose any more stuff. Funerals are so very expensive. I need to move the circus. But I cannot leave just yet. Not without Dribbles. He was a star. Customers of every color and creed simply adored him. Okay, müssen also Schnibbles retten. And I'll shower the person who finds him in love, adoration and adequate compensation. What do you say? Äh, reden wir bezahlen, ich bin teuer. Ich werde noch schnell besuchen. Ja, reden wir bezahlen, ich bin teuer. I can respect that and you're in luck, because I am old, darling. Ancient. I have seen stars explode and civilization fall. Along the way I happened across the mountains of the power. They would make you weep with awe. Find my Dribbles. You won't be disappointed. Hm. Äh, ja, versuchen wir das mal. Ich fühl mich überzeugt. Ich fühl mich überzeugt. Hm. Good luck and thanks ever so much. Lucrezia? Wir verstehen uns. Wir verstehen uns, Hochseilhilde. This is terrible. The circus is supposed to be a safe place. For us performers at least. Stimmt, wir kommen unten, aber wir haben doch hier unsere Klärgerin, die mit Toten reden kann. Was sind das hier eigentlich? Geheimer kritischer Treffer, während die betroffenen Kreatur verschleiert ist, benötigt sie für einen kritischen Treffer im Angriff ein Auge weniger. Okay, da muss sie aber verschleiert sein. Ähm. Das sieht schon ein bisschen epischer aus mit den weißen Haaren, wenn sie mit Toten redet. Das sieht irgendwie geiler aus. Ja gut, dann... Ich glaube, jetzt haben wir aber wirklich hier ziemlich viel... Finde Schnibbelst den da an. Oh, das muss irgendwo im Zirkus sein, wo du uns gesagt hast. Okay, dann müssen wir hier noch ein bisschen gucken. Ähm. Wir können hier hinten noch gucken, wo wir das letzte Mal gespeichert haben davor. Hier, das haben wir hier aufgeknackt und das ist aber nicht reingegangen, ne? Ich erinnere mich. Ups. Speichern wir mal den ganzen Kram, den wir jetzt gemacht haben. Was ist denn hier eigentlich drin? Tempeltotsprecher. Ich will nicht vermuten, dass wir hinten rein dürfen, aber... Hier ist auch niemand sonst, ne? Schreinern leicht gemacht. Ich glaube, der Boden sind sonnliche ausgefallene Illusionen, aber doch sehr sichere Methoden zu finden, dass sie euer liebste besitzt. Aha. Gepflegte Garten, Anbau Heilung, Anbau Gifte. Nichts Spannendes drin. Es gibt Gebete und Buße. Okay, das ist jetzt nicht so spannend. Register, Tempel, Totsprecher. So, wenn wir ein Glungliseln haben, wird auch sein. Totsprecher des Tempels der offenen Hand. Schwester Klaven, Feitschenträger. Über keinen verfügen. Aha. Ich kann mich als Tempeltotsprecher anmelden, das wäre schon ein bisschen spannend. In Glaubensweg eines gewissen Shira Klaven, das ist mir doch wurscht. Feitschenträger Catherine. Feitschenträger Catherine herauszugeben, an der sich ihres Aufstiegs von Hohepriesterin des Tempels der offenen Hand zur Herren des Hauses des gebrochenen Gottes. The fuck? Das ist nämlich mal an mich. Hellische Ferien in Avernus. Interplantane Reisende, ein Überblick bei Avernus. Hier, Klaven, viel Spaß damit. Du wirst es bestimmt brauchen können. Ah, nice. Noch eine Steinwand-Schriftrolle. Meditation, Band 1. Vater Logen. Reden von der Lungsnamen, dem Hohenpriester des Tempels der offenen Hand. Getreue Salonis. Ich schicke das Leben von Johann Wiesling und den Bekontrofiteten sich beim Vollmann einem Ferbjörn verhandelt, nachdem ich der Priest von Salon einem Leiden heilte. Das hat man, glaube ich, schon mal. Kommt mir bekannt vor. Timora, Glücksgöttin. Eine Liste mit Schwüren und Redewendungen, die einem Timora Segen einbringen und Glück bringen sollen. Durch das Lächeln der Glücksgöttin. Timora, ich rufe dich an. Würfel mein. Bringt Glück mir ein. Dreh dich, dreh dich, Schicksalsrat. Herren der Diamant Glitzerwürfel. Herren des Glücks. Herren des guten Schicksals. Bitte, hab Gnade. Scheiße, nochmal. Was? What? Astarion. Hier sind Drohnen. Die du knacken könntest. Wir machen mal direkt alle hier. Ich knack nur ein paar Drohnen. Lasst mich alle in Ruhe. Oh, die ist 15. Die ist deutlich mehr. In der Mitte gewesen. Hier 10. 10. Fertig. Alle geknackt. Alle geknackt. Wir spüren nur ein bisschen Gold. Das brauchen die ganzen Gläubigen nicht. Verzicht auf Wertsachen und sowas. Freizeit-Sandalen. Doppelter Boden, geständnisse Band 1, Vater Logen. An diesem Tagebuch wurde mit besonders festen Druck der Väter verfasst. Vier Sätze wurden ausgestrichen und umformuliert. Ich schreibe dies im Keller des Tempels. Ich schreibe dies im Keller des Tempels und dem einzigen, in dem ich mich illmachtes Willen noch nahe fühle. Ich blicke zwischen den Wappen hin und her, die meine Sünden verbergen und frage mich, wer sind sie, über mich zu urteilen. Sie bellen, dass jene, die an unserer Tür erscheinen, blutig geschlagen auf der Flucht vor kätzerischen Hoden schmutzig sei, nicht willkommen. Dass man sie meiden solle, das ist ein Verbrechen, sie aufzunehmen, sie in die Stadt zu holen. Doch wenn mein Rückgrat gebrochen werden muss, damit andere ins Licht treten können, dann sei es so. Okay, Grupp hat 65 XP erhalten. Wofür genau? Uh. Das ist der rafische Boxhandschuhe. Deine waffenlosen Angriffe bewirken 1 bis 4 zu 10 geleistenden Schaden und kann lenkendes Geschoss bewirken. Dankeschön. Nett, 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 nett. Gönne ich mir doch. Okay, die muss ich jetzt nicht mitnehmen. Die Kiste sieht auch nicht so auf. Göttlicher, entzückender Ilmant, ne, Ilmata. Was waren denn die Ilmata? Und sie hier waren dann da unter uns, um kurz zu strahlende Augenbliese. Nichts, der weinende Gott sei in den Tränen. Ja, nicht so wichtig. Alles nicht so wichtig. So, was geht denn hier noch ab? Hier kann man sich nur hinsetzen. Das ist ja unspannend. Moment, die schlafen hier quasi draußen? Schräg. Du, 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 du. Eine Holztruhe. Hm. Ist ordentlich Gold drin. Heidender Trank. Also manchmal, wir hatten noch neue Sachen bekommen. Äh, neueste. Ich hatte Nachricht vom Tribunal. Fum, wir sehen es dir an. Den Durst, die Kunst, die Leidenschaft. Der Spur aus kaltblüten Moden, den du gelassen hast, fehlen nur noch ein paar der Zitaten, um dir einen Platz unter seinen größten Anhänger zu gewähren. Aber dafür verlangt er etwas wahrhaft einzigartiges. Ein Zirkus ist gekommen, um mit ihm eine ganze Sammlung von Außenseiten und Lumpen. Aber noch wichtiger, eine Bühne. Es kommt der Auftritt in das Leben. Und wenn der Vorhang fällt, wird das Tribunal dir zusehen. Wird das Tribunal dir zusehen? Das irritiert mich ein bisschen. Okay. Friedhof. Kapelle. Erdhaufen. Hallo, Erdhaufen. Wir müssen dich mal auspudeln. Ups. Ich bin über Holztag. Danke. Prilgol. Mephistote, das Tiefling. Ups. Nicht. Das ist richtig. Das ist ein guter Aar. Ja. Ich wollte dich nicht mit dir reden. Ich wollte dich nehmen. Genau, und das machen. Wer seid ihr? Prilgol. Wie seid ihr gestorben? Wer hat euch getötet? Wer hat euch getötet? Lorgan öffnet für mich. Okay. Es gibt hier also auch noch Morde im Tempel? Moment, ich kann hier rausholen, aber ich kann nicht wieder reintun. Ähm... Doch, du kannst wieder reintun. Wir wollen ja hier niemanden... Kann ich bitte? Danke. Kannst du Leichname mitnehmen? Das ist auch spannend. Tschüss. Gut, dass wir einen starken Charakter dabei haben. Oh, Kekse? Sehr gut. Oh, die gehen hier Kekse. Was ist denn das für ein Grabstein? Alvin Muffel-Fieldwick gave his fortune to the poor, died in the arms of friends. He will be missed. Kekse. Nomm, 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 nomm. Hier hinten ist jetzt nichts mehr, ne? Nichts Spannendes mehr. Okay, wir haben auf dem Friedhof da sich einfach nur einen Hinweis darauf gefunden, dass es hier Morde gibt und dass hier ein frischer Leichname am rumliegen war. Oh, hallo. Astarion, hilf mir mal. Pfeift. Still breathing? So, ich habe alles gesehen. Funkelkram und Leckerbissen. Wir sollen den Zirkus untersuchen, um Dingens zu finden. Dann versuchen wir das doch mal. Oh, Clownman ist tot. Oh, well. Wollen Sie ein Triebchen? Das Geschmacklos. Ich sterbe, du sterbe, wir sterben. Big Wuff. Big Wuff. Das wird es besser machen. Ich mag Popper. Zeigt her, was ihr habt. Ja, ich habe viel Spannendes, nur für dich. Das hat, glaube ich, nichts Spannendes, oder? Waffe wirfst, psychische Resistenz, dann habe ich, glaube ich, meine Sachen verkauft, ja. Meine Waffen verkauft. Ja, nee, brauche ich, glaube ich, nicht. Überlegen, das hier der Kahn Kultivierung. Bye, 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 now. Mit dem kann ich, glaube ich, nicht reden, ne? Mit Steini. Moment, das ist Steini? Das ist aber auch ungewöhnlicher Name. Hm, ich würde sagen, wir reden einfach nochmal mit allen. Aber, du wurdest auch ausgetauscht. Sie hat nicht gemerkt, dass er ausgetauscht wurde. Eine Statue von mir für mein Lager. Das würde aber bedeuten, ich müsste 5.000 zahlen. Oh, du sollst dich gefühlt und lieblich sein. So, der hat halt jede Menge Steine, die ich ihm, glaube ich, verkauft habe. Gold, königlicher Helm. Das hat eine nette Optik, ne? Basiliskenöl. Ja, lols Kerze. Hier, könnte noch ein paar Silbergläser haben. Aber du hast kein Gold mehr, ne? Hört mir gerade so auf. Kannst kein, keine Silbergläser haben. Okay, ihr seid irgendwie alle, alle ungewöhnlich wenig gestört daran, dass, 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 dass Dinge passiert sind. Ihr sagt einfach, ah, no, ja, passt schon. Hoch, sperr, lang, sperr, chill, leichter Armbrust, Kampfstab, Schriftrolle, Fliegen, Halskette. Saphir, vergoldete Foliehand. Ähm. Broken, fake. Broken, fake. Hm. Es ist alles fake. Es ist alles fake. Hm, ich will das Rad nicht drehen. Nicht wirklich. Ich meine, aber Astarion könnte das Rad drehen, dann müsste das doch mitkriegen. Dribbles ist tot. Behold. A Carbis wheeler. Let's see, if you have Lux favor. Greis mal Bullshit, ne? Alas. No. Jackpot for you. Ugly one. But. You may have this. You are welcome. Stab des mummelnden Magiers. What? Das ist ein Feuerblitzstab. Das ist gar nicht so. Beschießen. Lul. Ich muss gehen. Leid auf meinen Fuß. Hm. Zara, die Mumie. Hallo. Das ist auch so, Schminke hatte die. Hm. Ja, die hatte hier Schminkfarben. Zu einem bunten, nachanfasst wie Magie. Mittellrosa, blattgrün. Brauche ich jetzt Schminkfarben? Ich könnte mich verkleiden. Tatsächlich. Ich habe keine Ahnung, was in der Hölle da passiert, aber ich weiß, dass ich mich und ich Kind stehen, wegen dir. Danke. Gern geschehen, Herr Gess. Wo ist der verdammte Schnibbelz? Wir sollen den Ding uns untersuchen. Ups, das wollte ich nicht. Rinner mit Klaus. Ich habe ihn nicht mal getötet. Für mich sicher, dass niemand anderes getötet wurde. Hm. Blut. Gch. In der Zirkus. Without Benji. Oh. Oh. Okay. Ja. Ich habe nichts gefunden, was mir irgendwie helfen könnte. Außer, dass die eine Tante da auch nochmal eine Doppelgängerin war, ne? Kann ich mit dir nochmal reden? Hallo wieder, mein witziger little warrior. Noch nicht. Wenn ich dich wäre, in dieser Hitze, Dinge tenden zu reichen, eher schnell, wenn du sie siehst. Okay, ja, in der Hitze wären Leichen ziemlich schnell, ziemlich eklig. Oh, wir haben Doppelgängern gar nicht gelootet, sehe ich gerade. Lul. Den zweiten. Tierkäfig. Anlager senden. Ja, das brauchen wir nicht. Können wir doch nochmal mit dir reden? Ist du jetzt irgendwie, weil wir Leute geplättet haben, besser drauf? Ja, das ist mein Freund. Du hast sie genommen. Run, ich will dich finden. Ich will dich, du, Kerl! Hm. Du findest das irgendwie blöd. Du musst entscheiden, Pupos noch am Futter und wenn ich das richtig sehe. Das ist nicht so schlimm. Denn der Zug ist ja durch hungern lassen. Hätte euch getötet. Der andere war es. Aber du weißt ja anscheinend was. Okay, mit dir kann ich anscheinend nicht mehr reden. Das ist doch beschissen. Wo ist dann... ...die echte Schnibbels? Wo ist der echte Schnibbels? Hier kann der nicht einfach irgendwelche Truhen durchsuchen. Hm. So, nochmal hier hinten reingucken und mir noch ein paar andere. Hier ging es noch eine Tür lang. Hier sind noch andere Türen. Guck ich mal da hin. Auch wenn hier, glaube ich, die Finde den Tatort ist. Tafel. Hier nochmal den Glockenturm. Und guck uns da rum. Mal sehen, was da oben ist. Glockenturm. Populierte Halskette. Kabam. Oh, what? Da ist Blut auf dem Dach. Ähm. The fuck? Hm. Ich kann das nicht mehr... Wenn ich jetzt hier runter springe, habe ich ein Problem, wa? Das gibt mir 23 Damage. Komme ich denn aber sonst hier hoch? Blöd. Aber du kannst du nicht auch mit Tieren reden? Du kannst auch mit Tieren reden, wa? Und du hast noch einen Nebelschritt. Und du hast noch einen Nebelschritt. Ich habe noch einen schweinigen Ring. Und eine Strecke von Lettern auf ihren Fuß. Hm. Einen hübschen Ring habt ihr da. Was habt ihr damit vor? Dass ihr etwas mit dem Verschwinden der Brieftauben von der Poststation zu tun habt. So, die Überbringer nicht aufessen. Was mögt ihr denn noch lieber als Taube? Das ist ja... Hübschen. 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 Lass diese Tauben in Ruhe. Oder ich esse euch überzeugen. Ich gehe erst wenn ihr mir verspricht Tauben. Auf der anderen Seite der Stadt gibt es viel besser das Vogelhaus. Der Einschüchter wenn dann. Müssen einschüchten. Traumaturgie im Vorteil. Verwandlungszaubertrick. Yes. Guter Vorteil. Danke. Wer bist du? Es hat irgendwas mit Gales von der uns gesagt. Gut. Es sind ein paar Pläne in der Stadt, die ich gerne besuchen würde. Ich habe vielleicht ein paar interessantes Teile gesucht. Ich würde lieber meine Päume aufpassen. Wenn ich etwas interessantes finde, könnte ich sogar mit dem Butter sein. Ach. Ach. Tera. Weg. Die Katze mit. Papageienflügeln? Alles klar. Briefstapel. Warum so schweigsam. Kalach ist inspiriert. Briefstapel öffnen. Drei Gegenstände. Wir geben das mal alles an Ben, der liest das dann. Postmeisterkundigung. Wir haben ja echt noch einiges dabei an Kram. Aber hier ist auch noch Blut. Achso, das sind wahrscheinlich die Brieftauben, die gefressen wurden. Nice. Das war gar nicht das, was ich gesucht habe. Nicht wirklich. Das ist nur die einzige Option, wie ich hätte da hinkommen können jetzt gerade. Traumaturgie ist doch ein bisschen hilfreich. Wir werden doch mal mit ihr was machen, was sozial ist. Aber sonst sehe ich jetzt hier nichts, was mir irgendwie was bringen würde. Das heißt, Kalach, du gehst hier runter und dann hier runter. Und die anderen gehen halt von hier oben wieder nach unten. So, alles wieder zusammen. Was war hier? Dann gehen wir an die Krankenstation. Hallo, Krankenstation. Guten Tag. Was tut dir? Marschfeber? Federlung? Sei schnell, ich habe nicht... Federlung? Äh... Ich lerne noch an Verzögerter Litiden-Ceremorphose. Nee. Äh... Warum hat es so viel zu tun? Ich habe gesagt, Logan, wir hatten nicht genug, um alle die Flüchtlinge zu sparen. Ich wusste, dass es eine schlechte Idee war. Jetzt habe ich auch einen zönen Priester zu tun. Oh, shit. Welcher Priester? Okay. Okay. Eww... Yes, es ist. Und all we get is nothing but a good man to do. Oh, das fahrt hat Logan. Ähm... Kommt mal alle ran. Ich bräuchte mal jemanden, der mit Toten reden kann. Mein liebes Schattenherz. Äh, warum stehen da einen Punkt, Punkt, Punkt daneben? Nach Bestätigung ausgelöst. Aha. Ähm... Wir reden mal mit Toten. Ist immer so ne coole Kamerafahrt. Das mit Toten reden. Wer hat euch getötet? Gut. Es ist schwer der gleiche. Wo wurde ihr angegriffen? Okay, ist das gleiche? Was hab ihr getan, dass ihr starbt? Okay. Wo habt ihr ihn versteckt? Genau. Warum habt ihr die Bürger versteckt? Innocent. Illmators will. Hm. Kann mit dir darüber reden? Bitte, lass mich sein. Okay, ich kann mit dir wohl nicht darüber reden. Ich wollte den einfachen Weg. Ente des Leids. Für Toten, Riten, Buchen, Heilmittel, wo sie sehr oft mit einem Isaufer sind. In Arcana leben. Häufige Ursachen. In der Blüte des Pritzelbaums lutschen. Tiefe glücklöstliche Meditation. Neugierige Minlocks. Verschiedene Gifte. Karabanzame. Codex, Taken und andere. Nicht neugierige... Nicht neugierige... Neugierige Minlocks. Nicht neugierige Minlocks. Heilmittel. Bann. Magie. Schwache Genesung und andere. Heilende Elixiere. Allgemeine Gegengifte. Heiltrinken und andere. Okay. Ich hab tatsächlich ein paar Gegengifte dabei, glaube ich noch. Wenn ich mich grad nicht komplett täusche. Uh, Badewaner. Das ist hier kein Stirb... äh, stört er sich einfach durch die Gegend latsch. Was? Hilft dem Geist des Amuletts Tagebuch aktualisiert. Wait, what? Valeria. Ein fliegendes... Look, Investigator. Brillgore might have been a criminal, but he was no murderer. You're missing something. You have to be. Enough, Yanis. Listen to yourself. You are defending a man who ritually slaughtered your High Priest. The evidence speaks for itself. Brillgore killed Father Logan, then, be it out of shame or profane duty, offed himself with the same blade. The case closed, Sister Yanis. Bullshit. Ich weiß, wie nervt ihr mir danach erwiesen sein können, besonders welche von Celestia. Ja, ich kann nicht vorstellen, dass ihr Martin interessiert oder beflucht. Müsst euch nicht entschuldigen. Brillgore kann Father Logan nicht getötet haben, erfüllt das Profil des Mörders nicht. Kann mir nicht vorstellen, dass ihr Martin interessiert oder beflucht. Ähm... Was ist hier passiert? Wenn ihr meint, der Mittleren hätte keine gute Arbeit gelässt, kann ich den Mod für euch untersuchen. Um... Was macht Brillgore politisch so geeignet? Brillgore war ein Refugee. Niemand ist für sie in den besten Zeiten und mit Gortash in Kraft. Oh shit. Na ja. Ich hoffe, dass die flammenden Fäste jetzt die Refugee anbieten werden. Einer von ihnen ist für den Mörder gebetet. Hm... Lasst mir euch Hilfe sa... Was? Lasst mir euch helfen. Achso. Gewiss gibt es Leute aus Baldur's Tod, die immer noch Hilfe brauchen. Beschränkt euch darauf, ein Gotteshaus zu sein, die versuchen an und zu helfen. Er hatte ich mal ein bisschen neben dem Gott. Naja, ich will helfen. Freude zu schauen, um den Tempel zu sehen. Aber fairer Warnung. Der Investigator wird nicht ihre Minder verändern ohne signifikant neue Evidenz. Äh... Wo finde ich die Ermittlerinnen? Caress wäre mein bestes Betten. Das ist der übliche Halt, nach Klauen in einem Kuss. Hm... Woher soll ich Ausschau halten? Ich habe die Mörderwaffe gefunden, also das könnte ein Start sein. Alles, was den Refugee, Mörder, Suizidangeln wirklich ist. Das lähmende Gift wäre ein Punkt. Wo ich Shira Klamen finde. Ich will mir, woher sie finden, aber sie wird nicht sehr schattig, ich bin. Shira hat letztes Jahr verloren. Peacefully, Ryan. Wir haben sie in der Krippe unter dem Tempel. Wenn ihr möchtet, zu besuchen. Warum wollte ich Shira finden? Ich hoffe, ihr findet etwas. Für alle unsere Worte. Da bin ich gerade irgendwie durcheinander. Ich muss drei berührten Nahe kommunizieren. Wir werden weiterentwickeln. Baldos Tor. Finde Schnippes den Nahen. Circa sieben Torneln möchte ich, dass wir ihn finden. Klären die Morde im Tempel auf. Wähntet das mit Prigors einem versteckten Torneln im Tempel. Prigors gleich erwähnt, dass ein Vater Dorgan einem versteckten Torneln im Tempel auf einer Hand ummordet wurden. Dort können wir in die Tempelkruft gelangen. Durch die Tempelkruft hingegen. Wir haben erfahren, dass ein Vater Dorgan. Die Tempelkruft nutzte um Flüchtlinge in Gefahr. Der versteckte. Wir erfuhren, dass Shira Klavan verstorben ist. Die wurde in einer Kruft und in einem Tempel vergraben. Muss ich vielleicht das Amulett mal anlegen. Wo ist denn das Amulett? Habe ich das noch dabei? Beobachtauge. Intelligentes Amulett, ja. Zerbersten, Kiki wiederherrschen. Ich wollte mit dem Amulett reden. Rede mit dem intelligenten Amulett. Dich auf das Wesen konzentrieren und seine Absichten erkennen. Ich wüchte euch, der Engelling ist gestorben. Oh, nein, nein. Das kann nicht, muss nicht, soll nicht sein. Hehehehehehe. Du musst ihre Tumbe in dem ökeren Handtempelkruft. Sie kann uns besitzen. Sie kann uns, sogar außerhalb der Weile. Hehehehe. Okay. Sollten wir nicht einsteigen. Sollten wir nicht einsteigen. Aber es fadet bald. Okay. Gut, dann machen wir das wieder rückgängig. Verkunderte Strahl. Zauberregeneration hatten wir hier drin. Gebetsblatt. Das brauchen wir uns, glaube ich, nicht angucken. Heiltränke. Wo geht's hier hin? Die Küche, oder? Ja. VisiterInnen bleiben in kommunalen Bereichen. Essen wird bei Mehlstunden serviert. Hallo. Ich habe gesagt, alles, was ich bereits sagen muss. Jetzt möchte ich meine Kuchen abziehen und weg. Äh. Habe ich schon mit der Mittleren gesprochen? Es wird besser, die große Blutspur aufwischen, bevor ihr geht. Ich werde es nicht bemerken. Nicht mit einem Mock, 10 Yards lang. Das ist Vater Logans Blut. Warum ist das Blut des Priests auf dem Boden? Er hatte einen privaten Autor da unten. Er liebte die Solitude. Der Mann hat wie ein Hors. Ein soup-hunger Hors. Normalerweise hat er genug, um eine kleine Kirche da unten zu vermitteln. Ja gut, er hat halt die für die anderen. Okay, du machst... Wo ist hier die Blutspur? Da ist die Blutspur. Ah. Hallo. So, kommen wir in den unteren Bereich. Ähm. Hattest du nicht Licht? Ja, Licht kannst du bitte auf mich machen. Damit ich hier sehe, was hier abgeht. Holzfass. Okay, das ist so ein Kran. Jetzt möchte ich glaube ich nicht alles durchgucken hier. Ich helfe mir. Ich helfe mir. Ja. Ich helfe mir. Ich helfe mir. Was geht denn hier so ab. Kampfstab. Kampfstab. Glaubt nicht. Glaubt nicht etwas zu wissen. Trinkt nicht. Setzt euch selbst schlicht als Werkzeug für die Erschöpfung ein. Lasst sie wissen, dass sie euch nutzen können, wie immer sie es benötigen. Riten für sterben. Riten für sterben da. Haben wir hier nochmal. Silberglas. Weihrauch. Wir räumen ein bisschen auf. Das steht doch hier kein, oder? Ein bisschen Sachen sortieren. Das sind doch hier alle entspannt dabei. Richtig. Jawohl. Da ist Blut. Achso. Feuerschalen. Findet den Tatort. Doppeltür. Hm. Da ist eine Falle drin. in der Vitrine. Entschärfen. Astorion, mein Freund. Entschärfes. 20 ist hoch. Ehhhhhhh. Reicht trotzdem. Null. Schloss knacken. Und das noch direkt hinterher. Nochmal 20. 28. Ganz entspannt. Was ist jetzt in der Vitrine drin? Außerordner Elixier der Arcan Kultivierung. Zu dem Zauberplatz des vierten Grades setzt. Für Konsum die Effekte an der Elixiere. Ok. Bericht über angeblich wundersame Phänomene am Stadtrand. Baldur's Tor, die in Marta zugeschrieben werden. Es überzeugt, dass eine Wunden mächtig schnell verheilt sind. Nachdem er sich mit dem Essen verbrannt hatte. An der Esser verbrannt hatte. Mal gefragt ob er mit Marta etwas zu tun. Hat er mit dem Nervtöttengespräch in Herrn von Karmesladen. Einen mächtigen Agenten des Leids. Gibt es weiterhin Suppe, obwohl der Tempel die Küche geschlossen hat. Eigenartig. Hände eines Mannes waren mit Pferdezügen gefesselt. Hey. Wir haben jetzt alle hier irgendwie... Ach ne, das war der halt. Donnerwurge, Schriftrolle, Fliegen. Astarion, wo willst du denn hin? Danke. Ich bin hier jetzt gelandet. Oh. Hallo. Hier ist ja eine riesige... Riesige Untergrund. Grufti Gruft. Da ist der Hebel. Für den Durchgang. Okay. Das ist der Durchgang, wo sie meinten, da unten irgendwo ist er getötet worden. Dann suchen wir doch mal da, ob er hier irgendwo getötet wurde. Beziehungsweise wo genau er getötet wurde. Da sind Blutsporen und Leute. Hm. Rad zum... Was seid ihr? Ihr seid ja auch Doppelgänger. Also ich hab das Gefühl, die Stadt ist ein bisschen infiziert mit Doppelgängern. Oh mein Gott, das ist verrückt. Der hat wohl ein Crit. Und noch ein Crit. Nice. Einer tot. Einfach doppelt gecrittet. Ähm. Guckt jemand hin? Instant dead. Auch ne Option. Einfach mit dem Crit. Mit dem Ranged Crit. Gut. Was wollen dat denn jetzt? Nom 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 nom. Nein. Das wollte ich nicht. Ich wollte das eben aktivieren. Ähm. Ich bin bereit. Mal hier Wunde verursachen. Morde! Öppf. K контр. Crit war.. gekillt. Nice. Blumenschlüssel Ähm, Montezu, Morde. Gansin und dem Tempel auf einer Hand hatte einen seltsamen Schlüssel mit Blumenmotiven bei sie. Wir sollten herausfinden, was sich damit öffnen lässt. Ja. Ich vermute mal, wir dürfen mit dir nicht mit Totenreden machen. Doch, kann ich. Wer seid ihr? Uff. Ähm, wem dient ihr? Okay. Wurz ist er gut. Wurz ist Dolo's, Dolo's, Sekreter. Wie viele von euch sind noch? Wer ist Dolo? Wo ist Dolo jetzt? Nicht mehr denken können. Wer ist Dolo? Ein Blut-Rede Dwarf. Träglich. Fertig. Fertig. Die Spellen-Power wächst. Wer kann uns sagen? Das gibt tatsächlich, äh, Infos. Hätte ich nicht gedacht. Gutes Kader auch ihn gesnappt hat. Ich habe einen langen Weg vor. Wie viele Leute sind denn hier? Alter Vater, hier ist ja alles tot. Kriechschleim. Der Dolch, den er zurückgelassen hat, liegt irgendwo in diesen Höhlen. Ich weiß hier doch nicht wo. Ich kann ihn riechen. Der Angstduft seiner Morde steht nach verbrachter Tat in der Luft, weil er sie zunächst mariniert. Sie stehen, liegen, sitzen, stocksteif da, während das Gift ihre Glieder mit Blei füllt und kennen nur noch zwei perfekte Fakten. Sie werden sterben. Sie können nichts dagegen tun. Hier unten sind ein paar andere Leute. Was ist da drin? Abgerinnert Torse an das Narren. Hm. Yes, Hello Dribbles trifft das, glaube ich, dann ziemlich genau. Leider Gottes. Kader, trage du es mal. Catherick Netherstein. Öffnen. Wir müssen irgendwie immer wieder Alchemie machen, glaube ich. Wir können hier auch wieder den Stapel teilen. Und die Hälfte ans Lager schicken. Was habe ich hier eigentlich drin? Achso, die ganzen Briefe. Oh, scheiße. Die wiegen inzwischen auch schon 14 Kilo. Die wiegen inzwischen auch schon 14 Kilo. Da sind auch Bücher noch drin. Gefangenentagebuch und sowas. So, mehr Übersicht wenigstens. Jetzt ist es das Höchste. Jetzt liegt es 25 Kilo. Ähm, was haben wir hier? Der Reglosmacher. Ist hier noch irgendwo was drin? Können wir den Sperr mitnehmen? Brauchen wir, glaube ich, nicht. Okay, wir haben auf jeden Fall den Tatort gefunden. Die Frage ist, was finden wir hier noch? Wird ja wahrscheinlich noch mehr Stellen geben, wo wir hier hinwollen. Reisetruhe, Reisentruhe, Reisentruhe, sind aber relativ viel drin, ja. Rang des Fliegens. Holzkoffer auch. Das können wir, glaube ich, komplett genau ans Lager schicken. Für eine Pilzsuppe. Ups, ich wollte nicht mehr das Tachen. Es ist nicht genug. Wir haben eine Galerie von Villain, die zu schauen. Aber jetzt können wir uns durch eine Schaubschwanderung beherrschen. Yes, yes, yes. Ich kann nicht sagen, ob ihr alle von euch schreien, weil ihr geplant habt, oder weil diese Gruppe ist voll von Weirdaus. Ich mag das. F***er Schaubschwanderer. Sie wird versuchen, unsere besten Asset zu verbrechen. Unsere Vertrauen. Glücklich ist sie kein Match für unsere zweite beste Asset. Ich. Achso, ich kann sie immer auf die Larve ansprechen. Special, Tadpov. Ein bisschen Kontradiktion in Termen, nicht wahr? Ich will nicht sogar einen regularen. Du sprachst über, sich zu was? Ein halbeschleiniger? Ich bin nicht überrascht, dass du es dir noch nicht versucht hast. Ich bin nicht überrascht. Ähm, ich will nicht. Ich will nicht und ihr müsst auch nicht. So, die Frage ist, ist es hier so aufgebaut, das könnte man hier auch noch irgendwo hin. Aber geht's nur indirekt irgendwo hin, glaube ich. Hier ist Blut. Ich glaube, diese waren die Menschen, die Vater Logan versucht hat, zu helfen. Oh. Ich glaube, die kennen wir. Ich glaube, die kennen wir. Ich muss hier die Handschuhe von jemandem verfassen, schreiben erst, eben erst genannt hat. Mama sagt, ich soll öfter Danke sagen, also Danke, Danke, dass ihr diese gemeine Frau geschimpft habt, die mich so gemein angeschrien hat. Jetzt habe ich schon dreimal Danke geschrieben, viermal. Das freut mir aber bestimmt eins noch. Habt ihr irgendwo meinen Teddy gesehen? Ich glaube, ich habe ihn beim ganzen Gescheu irgendwo verloren. Oh. Oh. Bitte um Almosen. Bitte verloren, Rektorin Janis, wenn ihr etwas zu essen entbehren könnt. Unsere melden jaulen nachts wie getrennte Hunde. Getretene Hunde. Karottenäpfel, wir essen selbst eine Zwiebel, wenn ihr sonst nichts habt. Groß-Tull-Tull-Tull drin. Aber Silbersachen dabei haben. Fuck. Eisetruhe. Trank. Fahlminze. Scharfe Würstchen. Hier gibt es doch noch Essen. Verstehe ich gerade nicht ganz. Dienstleute des geborenen Gottes. Dieses Gebiet wird Tränen pflegen. Einige Seiten sehen aus, als seien sie sehr oft zu Rate gezogen worden. Wurde voller Frust gestrichen. Gibt es häufiger Gold drin, aber weniger zu essen. Hätte ich nicht einfach ein paar von den Ringen eintauschen können? Halbgegessener Apfel. Hätte auch die Äpfel mal ganz essen können. Ja, das sieht hier alles aus wie Absolut. Die Totenkopf mit der Hand drauf. Das ist das Zeichen der Absoluten. Da ist der Stoffbeer. Oh. 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 100 Gold. Holy shit. Oh, fuck. Moment, da ist Essen drin. Mehlreddich kann man mal irgendwo reinmischen. Ein paar merkwürdige Pilze am wachsen. Das scheint ein älterer Beitrag hier zu sein. Wo andere Leute gehaust haben. Ich glaube, ich kann hier rein, aber da ist eine Todeswolke drin. Ich bin zweifelstark, dass ich gegen die Immun bin. Ich glaube, ich komme hier auch nicht wirklich weiter. Himmelpilz. Also ich könnte hier runter springen, aber ich glaube nicht, dass ich da gegen Immun bin. In dem Bereich hier ist mir noch eine Holztruhe. Wait, 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 wait. Okay. 32 Giftschaden. Ups. Das funktioniert wohl nicht. Moment, aber Telekinese. Telekinese zu uns hoch. Zack. Hui. Plopp. Das ist gut. Hm. War gar nicht so viel drin. Bin ich ehrlich. War quasi nix drin. Brauchen wir mal eine kurze Rast, damit ich meine... ...Zauber-Slots wieder habe. Hier geht's auch nirgendwo hin. Mir scheint. Dann würde ich mal sagen, wir gehen hier wieder runter. Und gucken mal da noch unten weiter, wo das noch hingeht alles. Vielleicht finden wir den Zwergizwerg noch. Öl-Eingang. Pedikinese ist vorbei. Fackeln, Wimmelpilz. Haar war das, ne? Alle Zutaten extrahieren. Beschichtungen. Beschichtungen. Bosheit. Jetzt kann ich Beschichtungen herstellen. Öl der Verbrennung. Öl der Verkleinerung. Öl, Öle, Öle. Tränke. Trank. Eiltrank außerordentlich. Überlegen. Wir haben einen außerordentlichen Eiltrank. Das Engelsschafts. Keine Ahnung, was das bedeutet. Wir können hier denn meine Elixiere herstellen. Der Psychische Resistenz. Die Universal Resistenz. Kolossus. Dein Bauch anzuschwenden. Deine Rückenmuskeln fühlen sich an wie gehämmerter Stahl. Granaten. Alchemistenfeuer. Herzlichtbomber. Hast Sporngranate. Beschichtungen. Beschichtungen. Macht ein bisschen was aus. Wir speichern mal, bevor wir hier reingehen. Und dann mal gucken, wo wir hier hinführen. Das ist einfach die andere Seite. Wo bin ich? Oh. Oh. Ich versuche Fragons Glitcher und mache Gebrauch von dem Blumenschlüssel. Das ist wahrscheinlich über mir Fragons Glitcher demnach. Würde ich mal davon ausgehen. Das ist die älter Brain. Da ist etwas, was passiert. Geil. Ich gehe auch wieder begrenzt Zeit oder was? Wo rennt denn? Okay, du renst jetzt außen rum. Ja, natürlich auch. Jetzt ist wieder umentschieden. Nice. Monster festhalten. Herbst, Krokus, Balsam. Ich glaube, ich brauche die tendenziell nicht mehr. Ich bin unter der Glitcher rausgekommen, spannenderweise. Quasi in der Kanalisation. Ich muss irgendwie hier hoch und dann nach links, denke ich. Ähm. Ich dachte, wir wären sicher in der Garten. Ich habe die Geschichten gehört. Ähm. Hallo? Halt! Bei Orders von Lord Gortash. Refugee sind nicht mehr in der Stadt. Schau dir. Hm. Ich bin kein Flüchtling. Wow. Wow. Oh, ich habe Hilfe von der anderen Seite. Wenn ich ihr Unterstützung brauche. Ich habe Angst, dass der Artikel 30.1.7 stipuliert, dass religiöse und religiöse Rassertien nicht nach einer Proof der Selbstsuffizienz Ich werde es wiederholen. Für die letzte Zeit, kann ich noch sagen, hast du die Möglichkeit, um mich zu unterstützen? Als ob ich die jetzt 200 Gold in den Rachen drücke. Dann musst du nicht in der Stadt sein. Next. Du hast doch im Arsch offen. Okay, Moment. Wie... Die Klitsche ist schon da oben, oder? Versuche Freigos, Klitsche und mache Gebrauch von Blumenschlüssel. Hätte ich ja eher gedacht, das ist was unten. Zirkusplakat. Das ist doch die Klitsche, oder? Nee. Sie kann ja nicht dort sein, weil dort war ja nichts. Müsste irgendwie da reinkommen. Oh. Hallo. Frau Klerikerin. Da gibt es einen Toten, der hier rumliegt. Wunderschönen. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Die Klitsche auf dem Schuss. Was ist das? Der Schuss, der Schuss, der Schuss rettet euch. Hm. Mit einem Steindusen, den ich bei euch gefunden habe? Brothers died on the road. Man tried to buy. Woher kommt ihr? Ja. Kann ich verstehen, das ist ein bisschen blöd. Ich finde die Rüstung passt auch so super zu dem neuen Look. Das ist schon ziemlich cool. Ähm. Halt. Kring ohne Edelstein. Wir nehmen den mal mit. Mal sehen, was wir damit machen können. Ist nämlich ein bisschen am Anfang vom Spiel. Ist ganz witzig. Verrottete Tasche. Ist nichts drin. Überleben fehlgeschlagen. Überleben fehlgeschlagen. Überleben geschafft. Ach, Schattenherz. Das würde ich nur ohne dich machen. Ich würde niemals den ganzen schönen versteckten Schätze finden. Schriftrolle mit Toten sprechen. Da kann ich es selber nochmal machen. Wenn ich es für wichtig ansehe. Das könnte sein. Noch eins. Lull. Wer für buddelt denn hier alles am Strand, ey? Schwache Elementarbeschwören. Okay. Da drüben gibt es Belladonna? Okay. Das heißt, man kommt dort irgendwo nach unten wieder. So, fuck. Kommt auch hier irgendwie hin. Da drüben sind mich Leute. Ähm. Ich glaube die Map ist ein bisschen größer als ich vermutet hätte. So, was darf ich nicht hin? Huh? Ich will gucken, ob du irgendwo hin springen kannst. Sinnvoll. Ne. Hast du nicht Mehr Gas Endlich mehr Gas Ich glaube wir kommen nicht so einfach in die Klitschereien Wo wir gerne hinwollen würden Nochmal mehr Gas Weil die ist glaube ich direkt über uns So wie ich das verstehe Und da gibt es keinen Spontanen Weg nach oben Ist irgendwo hier oben in dem Ding Irgendwo da oben in dem Ding Okay Ist eigentlich hier alles unten noch Was ist denn das hier für ein Schiffbruchschiff Oh eine Angel gibt es hier Ist halt wirklich kaputte Schiffe einfach Schräg Heidenkorb Nebel Und ein frischer Leichnam Ja das ist ja super Immer ein gutes Zeichen Nebelwolke mit einem Leichnam drin Entschärfen Ich glaube es ist eigentlich trotzdem Ja Eine Sprengen Entschärfen Die nächste Trittische Erfolg Entschärfen Warum würfe ich nochmal Wenn die Falle gerade schon hochgegangen ist Glaube ich Da ist noch ein Achat Einen Bronze Was bin ich eigentlich Was habe ich hier für eine Okay das ist einfach eine kaputte Na gut Das ist einfach ein toter Warum sind denn so viele frische Leichname Nähme Was ist die Mehrzahl für ein Leichnam Ein Schuppenpanzer Das sieht nachher Hafen aus Sterbende Schläger des Sternenfürsten Schwer verwundet Wunden heilen Was ist euch zugestoßen Ich habe euch gerade Gut dann versuch du mal Klärergefassene von von Selun No It's too late for that No portion or spell Can fix this Get this blade out of me Use it Kill me Kill me now There's something strange About the man dying Before your eyes Though in agony He's going to be enjoying this Wenn wir wenigstens versuchen Euch Was geht hier Wie soll es zu sterben If you had your guts fallen out You'd be eager to Alleyo du Lumi Und presst vom Mittagessen Erste von gestern Meinst du ja mach Ich versuche euch zu heilen Ich versuche euch zu heilen Ich versuche euch zu heilen Und trotzdem Ihr refuse zu heilen Ich hab mir so getan WTF Gortash knows you are coming Knows you have the bone lord stone Do not let him his hot air into your warm A weakened brain Ja ja viel spaß Die mögen sich auf jeden Fall Gar nicht Das ist Mega cool Das ist mega cool Das ist mega cool Sprech deep Und move Okay Ist mir wieder Dann entschärfen wir das doch. Wenn es denn noch eine Forder gibt. 30. Ach du Scheiße. Ja, das wird mir das lieben schwierig. Bin ich ehrlich. Eine Elfe, das ist glaube ich auch nichts. Nope. Fuck. Entlüftung, also kann die Entlüftung entschärfen. Aber das ist ja nur eine Dampfwolke. Glaube ich nur, in Anführungszeichen erst mal. Dann gehen wir erst mal hier oben lang, damit wir nicht mehr nass sind. Zeit, um die Hände zu pressen. Kann ich einfach runterhüpfen? Ich kann einfach runterhüpfen. Ja, hab ich schon mitgekriegt. Dass da noch eine Falle ist. Entschärfen den Stolperdraht bitte mal. Das müssten wir wohl hinkriegen. Sehr schön, danke. Da ist noch einer. Moment, hier ist aber noch ein anderer Leiter. Entschärfen. Jetzt haben wir eine 33. Und kriegt schade. So. Ups. Ne, danke. Moment, hier ist aber noch ein. Anderer Leichenname oder auch nicht. Ne. Wurde mir gerade komisch angezeigt. So, das kann ich zumindest hier lang gehen. Ups. Der Nebel macht es schwierig, das zu erkennen, wo man hin will. Himmelpilz. Himmelpilz. Wo gehe ich überhaupt hier hin? Abgetrennter Arm. Warum habe ich hier einen abgetrennten Arm rumliegen? Den würde ich, glaube ich, lieber hier liegen lassen, wo ich den aufhebe. Und hauptet, aber noch warm. Das hört sich ja nach einem Ritual an. Da sind wir eben wohl auf dem Fersen, wer auch immer hier Leute platt macht. Das selbe Schiff war in der Moonrise-Tower, wenn ich nicht verstanden. Sieht doch aus wie vom Schattenfell. 150 XP. Karl Keuler. Welche gilte denn? Ich würde mich nur ungern in die Sache einmischen. Ich glaube, ich töte euch, liebe Beide, und nehme einfach alles. Könnt ihr nicht vertragen, müssen wir wirklich kämen. Ja. Deine Waffe ist hübsch. Oh, jetzt haben wir einfach, jetzt müssen wir alle platt. Ja, gut. Was machen wir hier? Ein Freeway-Fight. Okay. Na dann. Zang. Wir können mal das hier wieder wegmachen. Da komme ich nicht hoch. Wir können mal hier spurten. Und dann. Wobei, ist eigentlich wurscht. Wir kommen ja nämlich nicht hoch. Aber wir können trotzdem hier so in die Richtung gehen, glaube ich. Dann prügel euch mal, ihr Jungs. Bist du in den Ernst? So, wir fallen auf Schattenherz. Ja. Nicht so cool. Vor allem zweimal. Unangenehm. Auch wenn davon nur einmal getroffen hat. Auch wenn davon nur einmal getroffen hat, ist das sehr unangenehm gewesen. Lupus Major. Okay. Wisst ihr was? Ich gehe einfach hier hin. Und slap. Ah, da sind nur drei, ne? Aber wir holen einfach alle drei. Find ich gut. Wir gehen auf die, die immer das meiste Leben haben. Ganz entspannt. Wer ist denn der Steinfürst? Oh, shit. Ich glaube, seine Waffe ist echt cool. Die hätte ich schon ganz gerne. Ah, da war was. Stimmt. Deswegen ist sie jetzt immer mir verängstigt, weil sie den Wolf gesehen hat. Ach, scheiße. Ah, scheiße. Viel Spaß damit, Leute. Aua. Aua, aua, aua. Sengende Strahlen. Wieso darf er das denn nicht? Im nächsten Zug verfügt behinderiger Angriff. Fernkampf. Normaler Fernkampf darf er aber. Ich glaube, ich würde ganz gerne bei euch das machen. Tatsächlich. Keep guessing. Keep guessing. Blind wollen wir aber nicht werden. Deswegen bleibt mal da, wo wir jetzt sind. Aua. Du hast gleich nebenüber wieder weggemacht, du Vollidiot, ne? Der ist nicht so cool. Und der brennt. Alles unangenehm. Die ganzen Ranger hinten. Finde ich aber auch ein bisschen unangenehm. Das erste Mal wird das hier gebrüllt. Nicht... Ach. Du sollst nicht in die Deutschwolke reinlaufen. Ach, Mann. Ach, Mann. So, der ist auch dead. Äußerlichkeiten. Tane, bist du vier. Ist ja eine Abenteurergruppe. Ich habe nicht einmal benutzt. Das ist eigentlich ein Rollenspielding. Tatsächlich. Lenkendes Geschoss. Kann gerade nur zwei erwischen, ne? Ich kann gerade nur zwei erwischen. Nicht genügend Platz. Wenn ich jetzt hier hingehe, kann ich doch Leute wieder reinschubsen, oder? Mit meinem Strahli-Strahl. Wenn ich das anmache. Können mit Toten reden. Kann ich aber das ausmachen, weil hier ist jetzt niemand mehr in der Nähe, der davon irgendwas abkriegen würde. So. Aua. Hast du einen Tankrad ziemlich rein? Das wollte ich eigentlich nicht. Das war nicht der Plan. Das war nicht der Plan. Nein. Also, wenn ich gesprungen habe, bin ich... Oh, shit. Keine... Keine freie Aktion mehr. Dammit. Damit sind die Tempel-Round-Treffer-Punkte down. So, und du gehst jetzt mal... ...den Magier auf den... ...zwirbelhauen. Deswegen... ...wirklich ne gute Option. Feh' ne gute Option. Ähm... Lenken das Geschoss. Zack. Zacki-zack. Wir müssen glaube ich ungefähr hier hingehen und dann drüberspringen. Kann ich dich einfach... Süß. Ich glaube, der hat es zerlegt. Ja, der Hüte des Glaubens kann ja nicht mehr so viel tun, der hat einfach echt abgehauen vor dem. Schweinerei. Absolute Schweinerei. Watz. Du kommst aber bis hin, dann kannst du ihn sogar noch beißen. Und bist du wirklich glücklich. Der End! Du hast wirklich kein Nahkampf drinnen gehabt. F***. Du kommst du mit den Scheinern. Ich wundere, ob das zu wert ist. Du... 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 Schied ist zu weit entfernt. Ich bin zu fett gelaufen. Das ist natürlich jetzt unangenehm. Mach mal ein Strahler Übelkeit. Und das hat auch funktioniert. Piu Piu. Trink mal ein bisschen. Gift versprühen. So, so, so macht man den Quatsch jetzt also. Heilen wir uns mal noch ein bisschen. Tochter der Dunkelheit. Tagebuch aktualisiert. Was? Ach so, wegen ja, Wölfen. Da war was. Ich glaube, dass du merkst, dass ich nicht sehr fern von Wölfen bin. Es ist alles aus der Kindheit der Erinnerung, ich glaube. Es ist wunderschön. Ich weiß jetzt, dass es mein Vater war, aber trotzdem... ... ich kann nicht den Angst zu suppressen. Ich glaube, Angst muss nicht rational sein. Aber vielleicht, wegen der Zeit... ... ich kann es hinter mir setzen. Hoffentlich. Mal sehen. Äh... Ich will jeder seine Ängste. Wir können uns schwerlich erlauben, Schwächen zu zeigen. Hoffentlich wird das nicht so ein Problem. Wölfe wirklich sind doch nur große Hunde. Mit schlechten Manieren. Jeder seine Ängste. Ich werde... ... die eure nicht beurteilen. Dann magst du die Möse superior, dann? Vielleicht ist das, was ich über dich liebe. Du bist anders.